Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hier nur ein ganz kurzes Video, aber ein sehr wichtiges Video, also nicht wegschalten. Alle, die bei dem BP-Projekt mitmachen, wollen jetzt anmelden. Diesen Samstag am 20. geht es los. Am 20. ist das BP-Projekt, dann geht es los. Und ja, keine Änderung. Und zwar wird die Konferenz nicht über Skype stattfinden, sondern über Teamspeak. Ähm, ja. Also, die Leute, die mitmachen wollen, müssen Teamspeak haben. Ist ja wohl kein großes Ding, kostet ja auch nichts. Ich kriege da Teamspeak gesponsert, wenn man es so möchte. Dann können wir da unsere Teamsachen machen, so ein bisschen reflexiv. Dann kann ich da einfach reinmoven und, ne? Langt. Gut. Äh, das war's eigentlich. Also, Samstag, 17 Uhr startet das Event. Und es fährt, es wird vorher, wird's noch ein bisschen, ja, es wird vorher, werden alle reinjoin und Besprechungen. Aber, besten Seite so, gegen 16 Uhr schon da. Die IP vom TS ist unten in der Beschreibung. Einfach öffnen, tut nicht weh, kostet nichts. Einfach öffnen, da stehen da alle wichtigen Links drin. Der Anmeldebogen steht drin. Der IP steht drin vom Server. Die TS-IP steht drin. Das sind die wichtigsten Sachen. Ähm, ja. Das war's eigentlich soweit. Dann euer Gitarterm HD. Und jetzt kommt ein ganz kleiner Trailer von ein paar Effekten, die ich hier so eingebaut habe. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.